Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Drei Rabauken. Zusammen mit meinen Co-Hosten. Das haben wir lange nicht mehr gesagt, war das bei der ersten Folge? Ich glaube, das hat die gesagt, glaube ich, oder? Doch, doch, ein einziges Mal. Auf meiner linken habe ich jetzt gerade Elina. Moin, moin, Leute. Und auf meiner rechten Nebru. Moin, Leute. Es gibt gute Neuigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber ich sage, das ist einfach mir egal. Wir sind ja beim zweitgrößten oder größten Vermarkter Deutschlands. Wisst ihr das haargenau? Nein, nein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großer. Es gibt aber halt auch nicht viele. Aber groß heißt nicht gleich, naja. Uns wurde gesagt, naja, so qualitativ sind wir da anders unzufrieden, aber da wollen wir kein Geheimnis machen. Also da finden gerade heftige Vertragsschlachten im Hintergrund statt. Aber anderes Thema? Wir waren der, also, umsatzstärkste Podcast im letzten Monat, im April. Ja, das ist krass. Geld. Geld, Geld, Geld. Aber immer noch keine Placements, Leute. Also schafft uns was ran, bitte. Ja. Schafft uns alles ran. Wir hatten in der letzten Folge ja angesprochen, das wollen wir jetzt noch kurz abfrühstücken, das Thema, damit das so ein bisschen, weil das hat sich jetzt ein bisschen... Neue Entwicklung. Äh, Ani the Duck über Beef, eins der, ja vermutlich, der Käse ist auch ein bisschen geschuldet, dass einfach Social Media jetzt auch größer ist, aber vermutlich einer der größten Skandale der Social Media Zeit in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja, erzählt ihr. Ach so, äh, ja. Wir rekapitulieren, Leute. Ähm, long story short. Irgendwer hat 2,50 Euro, äh, zu nennen wollen, an eine Streamerin namens Mauki, ehemalige Freundin von Ani the Duck. Beste Freundin sogar. Beste Freundin. Ja, ich kenne ja die Beziehung nicht so sehr. Ich quatsch nur gerne. Ich mag Kosse. Ich mag Kosse, wow. Und sie wurde halt sehr, sehr oft gefragt, ist ja auch logisch, wenn ich jetzt von einem auf den anderen Tag nicht mehr mit Ben aufnehmen würde, ich würde so bombardiert werden mit der Frage, wann kommt Ben wieder, was ist mit Ben, was bla bla bla. Ja, insbesondere, wenn man so ein Thema dann ignoriert, dann, 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 also dann wissen die Leute ja schon, oh, da will jetzt nicht drüber geredet werden, da muss ja irgendwas sein jetzt. Ja, ja. Und, ähm, Julian Bam hat vor ein paar Jahren, äh, auch, wurde auch bombardiert, weil er auch viel mit Ani the Duck gemacht hat und ich glaube sogar mit der zusammen war. Habe ich auch so mitbekommen. Ähm, oh, aber er hat das sehr kurz gefasst, hat gesagt, er will nie wieder was mit dieser Frau zu tun haben. So kann man das auch erledigen, das Thema. Also, das ist natürlich der Vorteil von Videos, wenn du jetzt so ein Video-Creator bist, wie Julian Bam oder wie wir natürlich auch alle, dann wirst du, äh, damit auch nicht so krass konfrontiert. Dann kriegst du Kommentare, die kannst du ignorieren, kannst du löschen, wie du willst. Oder halt in so einen Filter packen, ne? Oder du packst die Wörter direkt in den Filter, dann tauchen die Kommentare nie auf. Ähm. Kann man das bei Twitch nicht? Na doch, kannst du natürlich schon, aber so bei, also bei, bei einem Livestream bist du natürlich viel konfrontierter damit. Und da können dir Leute richtig krass auf die Nerven gehen mit sowas. Ähm, deswegen, das ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat da auch gestreamt, deswegen wurde er auch gefragt. Ja, 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 ja. Ähm, so, und Mauki wurde da auch eben gefragt, äh, in dieser 2,50 Euro Donation, was ist mit Annie the Duck? Darum hat sie dann, war das fast rübergelaufen. Und dann hat sie gesagt, ich will nie wieder was mit dieser Frau zu tun haben, mit Annie the Duck. Ich möchte ihren Frieden nicht wahren, weil Annie the Duck halt ne sehr, sehr schlimme Person sein soll. Daraufhin wurde die Ex-Freundin, Reeved, von Annie the Duck, auch natürlich gefragt, boah, was ist da los? Was sagst du diesen Anschuldigungen? Was sagst du dazu? Also, was denkst du darüber? Und, äh, daraufhin hat Reeved das nochmal quasi bestätigt und gesagt, ja, war tatsächlich, die war tatsächlich ein bisschen kacke. Und dazu hat sie sogar noch einige Anschuldigungen wirklich explaint, also so, äh, erwähnt, sei es mit Katzen, sei es mit sonst welchen anderen Themen. Sie hat da spezifisch Sachen angesprochen. Also, es ging ganz, ganz hauptsächlich darum, dass die halt so krank-toxisch sein soll, ähm, und so Leute halt so manipulieren soll und so, bin, wie ist das, so Nängeln. Kennt ihr Nängeln? Ist das ein Wort? Nein. Doch, Nängeln. Nein. Body Shaming. Nein, das war einfach, ja, nein, nein, nein. Weiter im Text, Body Shaming, was war da noch? Ja, 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 dann gab's auch noch, dass sie noch mit den Katzen, dass die wohl, dass die wohl uncool, also jetzt nicht so auf brutaler Basis, die schlägt die jetzt nicht, aber dass die wohl schon uncool mit ihren Katzen halt umgehen soll. Ja. Und dass sie die, obwohl die Katzen sich gar nicht verstanden haben, sich zerfetzt haben, die trotzdem nicht trennen wollte, weil sie meinte, sie braucht die ganzen Katzen noch und so weiter. Solche Sachen waren. Ja. Ja, so war's halt. Und daraufhin, ähm, war's dann ganz spannend, weil man wusste nicht, ob jetzt Anni the Duck halt, manche verschwinden dann von der Bildfläche, wenn sowas passiert. Geht komplett weg, gar nichts mehr. Dachte ich auch, dass sie das machen würde. Dachte ich auch gedacht, ja. Manche machen einfach so weiter. Aber die hat wirklich ein Statement gemacht. Und ganz selten passiert dann ein Statement und dann hat sie auch so ein 1 Stunde 14 Statement hochgeladen. Das haben wir uns komplett reingezogen. Das haben wir uns komplett reingezogen. Das hat unseren Tagesablauf richtig kaputt gemacht. Ja, der war so oder so kaputt. Ich hab so ein Double Speed mir angehört, weil ich mir dachte, boah, weiß ich nicht. Ja, hätten wir auch machen sollen. Wir hätten sagen sollen, okay, 3, 2, 1, wir machen jetzt Double Speed. Ja, und da hat sie so ein bisschen erklärt. Also ich sag mal so, die kann das ja, also es ist sehr, also wenn wir jetzt wirklich nur Aussage 1, Aussage 2 nehmen und alles drumherum mal ignorieren, ist es natürlich am Ende gar nicht möglich zu sagen, was es denn jetzt wirkt. Es ist ja auch so, es ist ja, es ist halt nicht schwarz und weiß, sondern es ist grau. Weil das Problem ist, toxisches Verhalten ist ja individuell in der Wahrnehmung. Und es ist auch, Leute haben unterschiedliche Arten und Weisen miteinander zu reden. Ich rede ja mit Elina auch zum Beispiel anders, als ich jetzt zum Beispiel mit Gambo rede, als ich jetzt mit Ebro rede. Und was ich jetzt vielleicht Gambo an den Kopf werfe oder wir uns gegenseitig, würde vielleicht zum Beispiel Ebro als toxisch empfinden. Also ich rede jetzt nicht viel mit Gambo, das war jetzt doch ein Beispiel. Aber es ist halt sehr individuell. Das Ding ist aber, dass in dieser Thematik halt natürlich sich geführt, 10 Leute gemeldet haben, die sagen, ja, ich hab hier mit Ann, ich hab ihre Videos geschnitten, ich hab hier das Cosplay gemacht, ich hab da ein Fotoshooting mit ihnen gemacht. Und auch verschiedene YouTuber, die sich gemeldet haben. Rezo hat sich jetzt auch gemeldet, habt ihr das gesehen? Ja, ja, aber ich hab gerade oberflächlich. Nee, ich hab das nicht gesehen. Erklärt mal bitte. Nee, ich glaub, er hat sich größtenteils, hat er nur zusammengefasst, was passiert. Ich glaub, er hat jetzt nicht so krass viel eigenen Taken zugefügt. Doch, hat er schon. Also er hat gesagt, also ich hab da einen Clip auf TikTok gesehen, wo er genau das bestätigt hat, dass er auch so eine Erfahrung mit ihr gemacht hat, dass er eine lange Zeit lang versucht hat, mit ihr sich gutzustellen, weil er Angst hatte, dass sie dann andere Leute manipuliert und ihn schlecht darstellt. Und im Endeffekt meinte er, es ist genau das passiert, dass sobald er, glaub ich, nicht mehr wirklich aktiv Kontakt mit ihr hatte oder so, dass sie angefangen hat, ihn schlecht zu machen vor anderen Leuten. Also er hat eigentlich das auch so bestätigt. Also wenn das so viele, die auch größtenteils unabhängig voneinander über dich sagen, dann ist es schon, dann wäre es schon unwahrscheinlich, dass da nichts dran ist. Wenn es jetzt einer sagen würde oder zwei oder sagen drei und die drei sind aber miteinander befreundet. Alles anzuzweifeln mal grundsätzlich, aber in dieser Konstellation schon hart. Also da wird schon was dran sein. Also als ich mir dieses Erklärungsvideo oder ihr Statement angehört habe, hatte ich irgendwie währenddessen so voll das komische Gefühl. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie, oder ich sag mal eher so, ich hasse es, wenn Leute, die nicht dumm sind, so versuchen, sich auf richtig naiv und nett und sonst weiter darzustellen. Und das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Die Art und Weise, wie sie geredet hat, kam mir immer ein bisschen so vor. Du kennst mich ja, ich bin eh so ... Sie hat wirklich alles entkräftet, nach ihrer Meinung nach. Ja, immer dieses, ich hatte gar keine Hintergedanken. Genau, das war gar nicht so gemeint. Das ging mir nur darum, dass das so ... Ja, das war gar nicht so gemeint. Menschen haben Hintergedanken, das ist auch ganz normal. Ja, safe, jeder, auch jeder gute Mensch. Ja, man muss sich jetzt nicht in der Illusion, dass jetzt irgendwie der Lieblings-Creator ... Nee, nee, weil der hat ja nie Hintergedanken. Nein, es ist ja komplett natürlich, dass man auch Sachen mal macht, primär, weil man vielleicht ein gewisses Ziel damit erreichen will. Und es ist ja auch ein komplett normales menschliches Verhalten. Ja, und ich find's irgendwie schade. Also, ich kann's aber aus ihrer Sicht natürlich verstehen, dass sie jetzt nicht in einem Video sich hinsetzen würden und sagen, ja, ich hab gesagt, dass Reef mir zu dick ist. Ich hab ihr gesagt, dass ich sie hässlich finde. Ich hab ihr gesagt, dies und das. Also, niemand würde sich da hinsetzen und sagen, ja, ich bin ein scheiß Mensch und ich hab irgendwas Schlechtes gemacht. Na gut, kann man halt schon machen. Wäre auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen. Wäre safe in der Situation viel besser gewesen. Die Frage ist natürlich, nimmt sie es selbst so wahr? Oder denkt sie, hä, das hab ich gar nicht so gemeint und ich bin gar nicht so? Oder was, weiß nicht. Oder hat sie versucht, jetzt so ein bisschen, das alles zu entkräften und so zu tun, als wäre sie wirklich gar nicht so ein schlechter Mensch? Die Kommentare waren alle negativ. Was ich halt so denke, weil, zuerst, das hab ich aber jetzt auch erst gecheckt, weil du es mit Rezo auch gesagt hast, weil die Leute haben immer so gesagt, so zum Beispiel Reef, ja, ich wollte mich jetzt nicht äußern, weil ich hatte dann Angst, was passiert. Und da könnte man ja jetzt im ersten Moment denken, hä, Reef ist viel, viel einflussreicher als eine Anni. Was juckt es sie? Sie könnte das einfach droppen und es wird nichts passieren. Ja, zuschauertechnisch stimmt das auch. Also vor der Kamera wird nichts passieren, ja. Aber hinter der Kamera ist halt was ganz anderes. Weil auch Anni wird natürlich krass vernetzt sein, mit verschiedensten Creatoren. Wenn die jetzt anfängt, quasi hinter der Kamera zu reden, ja, ey, pass auf hier, die hat das so und so und die ist richtig eklig und das stimmt gar nicht, was die gesagt hat. Aber auch, das hört ja nicht bei YouTubern auf. Das fängt dann an bei so Mitarbeitern, so Cutter, Funnial-Designer, irgendwelche Creative-Leute, weiß der Geier was. Dann geht es aber weiter zu Agenturen, zu Kunden und so weiter. Also das kann schon hinter den Kulissen massiven Schaden halt verursachen. Safe, safe. Und da hat man natürlich dann einfach keinen Bock drauf. Und da denkt man sich jetzt halt so, ja, es ist jetzt rum, ich habe es hinter mir. Jetzt keinen Bock, das nochmal aufkochen zu lassen. Es wird ja am Ende des Tages, bringt es einem ja nichts. Und da, glaube ich, sagen viele einfach, ist mir jetzt scheißegal, bumm. Ja, safe. Aber ich finde es schon krass, weil uns wird eine Story erzählt. Die können wir jetzt halt nicht anschneiden, Leute. Aber es geht jetzt auch gar nicht um die Story per se. Ich kann nur so viel sagen, es betrifft einen sehr, sehr großen Creator. Und es ist auch, ich meine, wir waren jetzt nicht dabei, aber es ist schon zu, boah, wir haben es schon über eine relativ kurze Kette erfahren. Also ich würde sagen, es ist zu 70 Prozent, dass es was dran ist. Und wenn das so wahr ist, müssen das auch arschviele Leute wissen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja nicht so, ihr seht ja in unseren Videos, wir sind eher so in unserer Freundesgruppe unterwegs. Das heißt, außerhalb unserer Freundesgruppe mit den Leuten, ja, manche kennt man und man trifft sich auch mal auf irgendwelchen Events und so, aber wir haben jetzt schon wenig mit anderen zu tun. Und dann müssen, wenn wir das jetzt schon wissen, dann müssen das die anderen ja alle auch wissen. Also wir werden ja wahrscheinlich in der Kette mit ganz hinten sein, mit Sachen, die wir erfahren über so Gossip und Sachen, die passiert sind. Und da frage ich mich so, das ist schon weird, wenn man das dann weiß. Weil dann ist so, okay, da steht was wirklich Unangenehmes im Raum, aber trotzdem sind Personen, die wirklich sehr, sehr nah an diesem Geschehen ist, chillen dann trotzdem weiter mit der Person, finden die weiter cool. Wo ich mir denke, das dürfte niemals so sein, Bro. Also da wird schon, und da dürft ihr euch keine Illusionen machen, das wirkt immer alles sehr, sehr, sehr happy. Und es gibt natürlich auch massive Freundesgruppen und da ist auch innerhalb der Gruppe alles cool, klar. Aber gerade so mit diesen Leuten, man chillt mit Leuten, mit denen man nicht so krass befreundet ist, die kennt man jetzt nur so mäßig von Arbeit, also von YouTube oder Streaming oder so. Da ist schon viel Quatsch im Hintergrund auch. Und da ist auch viel Business. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Also die Leute chillen das schon in so großen Gruppen und connecten sich über Gruppen hinweg auch so krass, primär wegen Business. Ja, ist ja klar. Und dass die dann so weiter miteinander chillen und Videos machen, obwohl die Person ja ganz genau weiß, was da passiert ist, finde ich schon, wenn man das so weiß, ist schon sehr weird, Alter. Ja, das ist aber auch lustig, weil du hast es gerade so angesprochen, so wie Mitarbeiter auch so übereindenken und so. Und das Ding ist, das verbreitet sich auch manchmal so schlecht, also so schnell meine ich natürlich, so schnell, wenn ein YouTuber zum Beispiel, in unserem Fall, Mist baut bei Leuten, die ja beauftragen ... Also ich muss eine Story erzählen. Pass auf. Oh Gott, das kommt jetzt. Pass auf. Wir arbeiten ja mit verschiedenen Designern zusammen. Und die erstellen Thumbnails für uns und die kriegen dafür ja logischerweise Geld. Und diese Thumbnail-Designer arbeiten ja nicht nur für uns, sondern halt auch für andere Leute. Und ... Redest du von ... Redest du von G, mit dem, wenn G anfängt? Ich weiß deinen Namen nicht von dem Typen. Du redest aber von der Geschichte, die du für mich vermittelt hast. Ja. Ja, okay. Es geht um Great. Okay, cool, dass ich das nicht erzählen darf. Nee, nee, ich wollte nur kurz Sachen, die du nicht weißt. Great ist ... Du erzählst gleich weiter, ich würde dir jetzt nicht reinverschauen. Great war ein Designer von mir für Robe. Der hat meine Fortnite-Thumbnails alle gemacht. Und der hat auch sehr lange Roblox für mich gemacht. Ist aber schon ein bisschen her. Der ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so ... Ich glaube, der studiert jetzt. Er hat nicht mehr so viel Zeit, er macht auch nicht mehr so viel. Das nur als kleines Zeit. Und es ist schon ein paar Jahre jetzt aber her. Hm. Ach so. Aber auch Selina. Ach so. Und ... Mit dem habe ich irgendwie auch mal ... Also, ich habe, glaube ich, nie mit dem gearbeitet. Ich weiß es nicht so genau. Aber irgendwie hatte ich seinen Kontakt. Und er hatte meinen Kontakt irgendwie so. Nee, der hat mir geschrieben. Der hat mir geschrieben. Ja, er hatte dir geschrieben, weil er mal für dich gearbeitet hatte. Ich hatte schon zwei Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm. Genau. Und er hat Ben geschrieben. Oh, Ben, es gibt da so einen YouTuber XY. Für den habe ich dann ... Lies mal die originale Nachricht vor. Hast du die noch? Nee. Die finden wir jetzt nicht so. Warte doch, die finde ich selbst. Ich schreibe ja mit ihm nicht viel. Ja. Weil er gibt mir eine Minute. Ja, genau. Während dessen erzähle ich weiter. Auf jeden Fall hat er Ben angeschrieben. Ich habe da ein Thumbnail gestellt für einen anderen YouTuber. Und das Ding ist, er bezahlt mich nicht. Und jetzt habe ich ihm auch schon mal mehrmals geschrieben, natürlich. Weil der will ja auch mal sein Geld haben. Geht es um ein Thumbnail oder mehrere? Oder war das great? Ich glaube, es ging um ein Thumbnail. Nee, nee, nee. Es ging um viel. Viel? Ich glaube schon, ja. Ja, auf jeden Fall hat dieser YouTuber ihn nicht bezahlt. Und auch nach mehreren Nachfragen. Und das ist kein YouTuber, der 300 Abos hat. Wir reden hier von einem Giant-Youtuber. Genau. Der halt auch sehr viel verdient. Also, der kann seine Leute bezahlen. Und, ähm ... Dann hat er ihn auch noch geghostet. Und einfach nicht mehr geantwortet. Keine Ahnung, blockiert oder so. Weil er das Thumbnail nicht bezahlen wollte. Und, ähm ... Dann musste ich, wie unangenehm, ich musste diesen YouTuber, schreiben und sagen, hey, mich hat der und der kontaktiert. Der wartet auf sein Geld. Oh mein Gott. Also, eigentlich hatten wir mit der Thematik nichts zu tun. Aber ich dachte mir, ja, der hat jetzt ... Ja. Der hat jetzt zwei Jahre oder so für mich gearbeitet. Aber wenn ich jetzt damit zwar gar nichts zu tun habe, dachte ich mir auf korrekt. Ja. Und wenn wir jetzt einen Designer hier auch ... Wenn wir jetzt einen Designer hätten im Podcast, der würde auch bestätigen, dass, ich glaube, sehr, sehr viele YouTuber entweder sehr spät zahlen, weil sie einfach ohne ... Also, ich glaube, es gibt nichts Unorganisierteres als YouTuber und Streamer. Ja, safe. Ähm, wenn die nicht ihre Mamis hätten oder so oder irgendwelche anderen Leute, die ihre Steuern und so händeln. Also, es ist regelmäßig so, dass, wenn ich mit neuen Leuten anfange zu arbeiten, die schreiben, hey, und, ähm, ja, können wir mit Anzahlung machen und so. Das ist immer für mich ein bisschen weird. Ja, okay, warum denn? Der so, ja, ich hab schon ... Ich hatte jetzt die letzten drei YouTuber hab ich nicht bezahlt, also, Real Talk. Also, das ist doch komplett gängig, Alter. Das ist wirklich crazy. Es gibt ja auch, ähm ... Nee, warte, das sind Cutter. Ich hab die Originalnachricht übrigens. Moin Banks, GreatFX hier. Ist vielleicht etwas weird, aber hast du zufällig Kontakt zu Mö, Mö, Mö? Ich werde einfach von ihm und seinen Mitarbeitern geghostet seit Februar. Alter, wann kam die Nachricht? Und kriege noch 220 Euro für Thumbnails aus November. Und die Nachricht hab ich bekommen im Mai. Alter, November bis Mai. Also, der wurde basically ein halbes Jahr geghostet. Das ist eklig. Ja, es passiert schon sehr viel Kacke im Hintergrund. Und es passiert auch Kacke von Leuten, wo man's als Zuschauer jetzt vielleicht nicht so denken würde. Ich find's aber krass, ey. Es gibt schon viele Korrekte auch, aber es gibt auch schon Unkorrekte. Und es sind nicht alles friedefreue Eierkuchen. Ja, aber ich find's auch krass, dass es wirklich Leute gibt, die dann so voll Vertrauen reingehen, beispielsweise dein einer Thumbnail. Alter, mein Thumbnail-Designer. Wie? Wann schreibt der mal? Der vertraut mir wirklich auf dieser Ehrenblüder-Basis. Der hatte irgendwie ... Ich glaub, der hatte irgendwie Probleme mit seinem Gewerbe. Weil das ist ja, wenn du auch unter 18 bist ... Der ist weit über 18, oder? Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Auf jeden Fall konnte ich ihm das Geld nicht bezahlen. Also, ging einfach juristisch, steuerlich war das einfach schwierig. Der hat aber schon für mich gearbeitet. Und wir reden hier wirklich nicht von ... Der hat mal drei Thumbnails gemacht. Ich denk, der hat ein und ein halbes Jahr für mich gearbeitet, ohne dass ich ihn bezahlt hab. Und der hat mir dann nach diesen anderthalb Jahren eine so fette Rechnung ... Weil ab da konnte er dann quasi ... Und dann hat er mir alles Vergangene quasi auf einmal in Rechnung gestellt. Und das war papamäßig viel. Es war auf jeden Fall ein fünfstelliger Betrag, so wie kann ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, ein dicker fünfstelliger Betrag. Und ... Aber was hätte der jetzt gemacht? Wir hatten ja nicht mal ... Nee, okay, du kannst es natürlich einklagen. Aber wir hatten ja auch keinen Arbeitsvertrag. Aber dafür musst du ja so viel Geld ausgeben. Ja, das kostet Anwaltstechnologie. Und wir hatten ja auch keinen Arbeitsvertrag und so. Das war schon risky, Alter. Also, wenn ich nach den anderthalb Jahren gesagt hätte, ach, weißt du ... Ups, sorry. Ich ghoste dich jetzt. Der hätte schon ein Problem gehabt, Alter. Aber mittlerweile auch. Er schickt wirklich alle drei Monate oder so nur eine Rechnung. Er vertraut dir. Ja, ja, ja. Ja, finde ich krass. Nein, ich glaube, er kriegt es einfach nicht hin. Steuern halt wirklich ist Kopfschmerzen. Es ist auch nervig, Alter. Als YouTuber ... Also, generell, wenn man sich ein eigenes Gewerbe gemacht hat, Steuern sind wirklich das Schlimmste. Ich war ... Oh, mein Gott, das kann ich auch noch erzählen. Ich war am Montag bei meinem Steuerberater. Der hat mich so auseinandergenommen. Er hat mich so zusammengefaltet. Ja, aber auch wegen Kleinigkeiten. Es war so giga peinlich. Es war so giga peinlich, weil ich war da mit Till tatsächlich bei dem Termin. Weil Till ist jetzt bald mein Angestellter. Echt jetzt? Wow. Ich muss ihn anstellen. Ja, aber nur als Zeit-Hassel, jetzt nicht als sein Main-Ding. Ja, genau. Halt für meine Steuern, Mäuern. Eigentlich ist das auch nicht so viel. Aber halt gerade, wenn man YouTuber ist, du kriegst keine Rechnung so wie in Deutschland. Haben wir das schon mal erzählt, was Steuern machen überhaupt heißt? Äh, Rechnung raussuchen und dem Steuerberater ... Also ihr müsst euch überlegen, also man macht nicht seine Steuern in dem Sinne, das macht der Steuerberater. Da machst du, du kannst es auch selbst machen. Ab einer gewissen Größe, weil ich da auf jeden Fall die Finger von lassen. Steuern machen bedeutet, du musst Belege suchen. Steuern machen heißt Belege. Ja. Das heißt, du hast Geld ... Also erst mal, wenn du Geld verdienst, auch wenn es nur 5 Cent waren, da brauchst du auf jeden Fall immer einen Beleg für jeden Kack. Das heißt, wenn jetzt Google mir Geld überweist, ich brauche einen Beleg dafür. Wenn du jetzt Sachen ausgibst, musst du jetzt ... Also du brauchst ab dem Moment einen Beleg dafür, wenn du es halt steuerlich geltend machen willst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, ich hole mir zwei Brötchen, da brauche ich keinen Beleg für, ist mir schnurz, weil das ist privat, privat. Aber zum Beispiel für meine Miete, ich habe ja ein Büro hier, brauche ich den Beleg. Für meinen Strom brauche ich Beleg. Für, ich hole mir jetzt Gönnergy, weil wir Influencer-Produkte testen, brauche ich einen Beleg. Bla, 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 bla. Das ist Steuern machen quasi. Und das schickt man dann seinen Steuerberater. Ich bin stolz auf dich, dass du nicht mehr aufgezählt hast als 300. Ja, das war aber, ich wollte, aber ... Ja, und das ist halt das Ding. Und das Ding ist, wenn du zum Beispiel ganz schlimm Roblox, wenn du in Roblox dir Coins kaufst, das ist ja eine betriebliche Ausgabe quasi, du kriegst da, ohne Witz, das ist weniger als Klopapier, wo du den Arsch mit abgewischt hast. Du hast 10.000 Roblox gekauft, Punkt. Ja, ohne Witz, das ist so schlimm. Und dann sitze ich da und denke mir, ich kann das doch nicht meinen Steuerberater schicken und so. Und dann habe ich die eine Roblox-Rechnung und dann habe ich noch wieder irgendwas, was ich nicht bekommen habe. Und dann habe ich das, dann hat, keine Ahnung, dann wohnt irgendwer in Irland und dann muss ich da irgendwas hinschreiben, irgendeine scheiß Steuernummer. Es ist so ätzend, es ist so kacke, es ist so unfassbar nervig. Und deswegen hat mein Steuerberater mich fast zusammengeschlagen. Eigentlich ist es auch nicht so schlimm gewesen. Also die Summe von den Rechnungen, die ich nicht hatte im letzten Jahr, war jetzt nicht so hoch. Also ich glaube, ich habe das mit ein paar Videos ausgehebelt, dafür, dass ich mich nicht abgekrampft habe, um diese Drecksrechnung zu suchen. Weil es gibt ja auch einfache Rechnungen. Also ganz ehrlich, manchmal gibt man auch drei Euro für den Betrieb aus und dann sagt man sich einfach, ey, scheiß drauf jetzt. Weil du kriegst ja nur 19 Prozent wieder. Das heißt, du kriegst dann, keine Ahnung, 30 Cent wieder. Da denkt man sich, okay, wenn ich jetzt eine halbe Stunde danach suche für 30 Cent, ist es dann auch nicht, dann wirklich egal. Ja, dann ist es wurscht. Dann sagst du, das habe ich privat für meinen eigenen Spaß gekauft. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich nicht mehr so oft Roblox bringe. Was halt nervig ist, also Bewirtungsbelege sind OP, aber sind auch nervig. Bewirtungsbeleg ist, ihr geht essen, ich gehe zum Beispiel mit Delina und Evo essen und wir bereden Business, Business. Und dann kann ich sagen zum Kellner, ich möchte Bewirtungsbeleg. Das ist, manchmal kriegt man den auch von Haus aus. Das ist einfach, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist einfach nur eine Rechnung, ganz normal, aber da ist so voll viel noch unten dran. So Felder zum Ausfüllen und so. Manche geben das immer raus. Habt ihr vielleicht schon mal in der Hand gehabt. Manche haben das auch auf der Rückseite. Das ist aber nervig zum Einscannen. Und da muss man, das ist nervig, da muss man nämlich eintragen, wann, was hat man gegessen, welche Personen waren da, muss man mit Namen nennen, Datum, Unterschrift, das ist nervig. Aber das ist auch OP, weil du kriegst brutal viel wieder. Lass mich das mal kurz recherchieren. Aber du kannst wirklich, ich denke, also man kann wirklich gefühlt halb for free essen, wenn man das als Business Meeting macht. Aber bedenke, Leute, ihr braucht dafür natürlich ein Gewerbe. Ihr könnt jetzt einfach einen Bewirtungsbeleg holen, wenn ihr zwölf seid. Hier, 70 Prozent ist absetzbar beim Bewirtungsbeleg. Alter, man spart so krank viel mit diesen Bewirtungsbelegen. Es ist OP, Alter, wirklich. Du gehst fast for free essen, wenn du Business machst. Aber nur mit Gewerbe, Leute. Ja, Elina. Nein, ihr könnt jetzt, Leute. Epo und ich, bevor der Podcast losgeht, haben wir über deine WhatsApp-Gruppe gesprochen. Ja. Und da hast du nämlich ein Bild gepostet. Bist denn jetzt schon wieder? Du hast ein Bild gepostet. Nee, es geht nicht so um dich, es geht um die Zuschauer leider. Ja. Ja, was denn jetzt? Dein Bild, was du gepostet hast, wo du meintest, hey, ich war in New York und Leute ... Das war ja offensichtlich in London, das war ein Joke. Ja, genau. Ben war in London und hat da auch ein Bild gemacht in London, Prime London halt. Da wurden doch auch London-Flaggen gemacht. Und dann hat er in seine WhatsApp-Gruppe gepostet, ich war in New York. Und dann haben total viele Leute geschrieben, hä? Du spielst doch aus London, hä? Ja, die haben geschrieben, man kann doch bei WhatsApp nicht schreiben. Also, nee, 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 Ben, nicht auf WhatsApp geschrieben. Die haben bei Spotify, dort, wo man Fragen beantworten kann, da haben Leute geschrieben, hä? Ben hat gesagt, er war in New York, aber das ist ein Bild von London. Vor einem Tag, die eine Nachricht, die ich eben grad gesehen hab, die Leute haben das nicht gerafft. Ich hab das, glaub ich, sogar in den Kommentaren unter irgendeinem Video gesehen. Ah, unter dem Podcast hab ich gesehen. mal grundsätzlich fürs Leben merken, wenn ihr etwas seht und da macht jemand etwas falsch oder sagt was Falsches und das ist wirklich komplett abwegig, dann wird die Person es halt aus Joke machen und nicht, weil sie komplett zurückgeblieben ist. In den meisten Fällen jedenfalls. Also, wenn ich vor dem Top 5 berühmtesten Wahrzeichen Londons stehe und ich schreibe Grüße aus New York, Bruder, dann wird das ja wohl Joke sein. Ja. Na ja, man kann auch manchmal ein bisschen dumm sein. Ja, natürlich kann man auch mal dumm sein, ist ja logisch, aber ... Oh, ey. Die dachten alle, ich flieg in die Schweiz, ne? Ja, das hab ich gesehen, ich hör das so lustig. Ähm ... Ja, äh, zu ... Ich hab mir verschiedene Stichpunkte gemacht. Genau. Das geht ein bisschen, ein bisschen Überleitung, weil wir hatten ja gesagt, dass Lezugo, der anscheinend seine Mitarbeiter nicht bezahlt. Nein, nein, nein. Warte, es ist der Lezugo Cutter, das möchte ich nochmal gerade rücken. Ja, aber der ist ja repräsentativ. Du kannst ja nicht einfach die Verantwortung jetzt sagen, ja, aber das war ja mein Mitarbeiter, der sich darum nicht gekümmert hat. Natürlich ist primär der Influencer dafür verantwortlich, dass seine Mitarbeiter bezahlt, dann da gilt noch kein Ausreden. Ist er wirklich Mitarbeiter oder ist er halt einfach so jemand, der für ihn arbeitet, so Cutter-mäßig und dann schickt er einen ... Also egal, wie das Konstrukt ist, das ist die Verantwortung des Creators. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ja, aber ich hab doch den und wenn du da monatelang nicht bezahlt wurdest, lol. Period. Also, find ich. Also, das kannst du nicht einfach abwälzen. Das ist deine Verantwortung. Du musst da hinterher sein. Und das geht ein bisschen in diese Geschichte. Das passt nämlich sehr, sehr, das passt perfekt nämlich. Also, Hugo passt perfekt in diese Sache. Ich hab aber ein anderes Beispiel. Erinnerst du dich an die Sache, wo Logo und ich uns kaputt gelacht haben, aber dir nicht sagen wollten, was, weil ich so ein Podcast eure Live-Experience haben wollte? Erinnerst du dich? Nee. Du hast dich übel aufgeregt, dass ich es dir nicht erzähle. Ja, okay. Einfach vergessen. Da hat irgendwas, aber ... Also, pass auf. Das war irgendwas anderes. Ich erzähl erst mal den Take. Yes. Wir haben ja Influencer-Produkte getestet, ne? Korrekt. Und manche haben uns geschmeckt, manche haben uns weniger geschmeckt. Schmeckt. Aber ... Und wir haben natürlich auch gesagt, was uns halt besser geschmeckt hat, was weniger. Aber ihr habt natürlich im Video schon gemerkt, es war jetzt nicht unsere Mission, da jetzt ein Produkt zu nehmen, was uns nicht schmeckt und das wirklich aus dem Orbit zu haten. Ja, ja. Weil ich denke mir so, ja, gut, in manchen Produkten wird mehr Liebe stecken, in anderen weniger, sicher. Aber irgendwie ist es ja doch für viele bestimmte Herzensprojekte und da steckt auch Kapital drin, viel Geld. Du musst ja in Vorkasse gehen. Wenn du jetzt eine Million Dosen zum Beispiel produzierst oder Chips-Tüten oder Pizzen, das muss ja bezahlt werden. Das fällt ja nicht vom Himmel. Das heißt, du gehst da mit Hunderten, Tausenden, vielleicht sogar Millionen Euro, je nachdem, wie groß du bist, halt in Vorkasse. Das ist ja auch ein Risiko. Das kann ja Existenzen gefühlt auseinandernehmen. Und auch Arbeit, Aufwand. Und was bringt es dir jetzt, das in Grund und Boden zu halten? Was bringt dir das für dein Leben? Du kannst sagen, ja, finde ich jetzt nicht so toll. Und dann ist er aber auch gut. Jetzt habe ich aber, wurde mir von Logo zugespielt, weil wir haben ja ein bisschen Kontakt mit Alcranix. Wir chillen jetzt nicht jeden Abend zusammen, aber man kennt sich, man schätzt sich so. Ja. Und Laser Luca, ehemals Concraft, der hat auch Influencer-Produkte getestet. Ja. Und er hat auch die Paulberger Limo getestet. Okay. Und Logo und ich, wir haben uns kaputt gelacht. Er trinkt so, probiert so, na, und verzieht schon so sein Gesicht, als ob das so prime eklig wäre. Mhm. Und dann sagt er so, ich kann es schon recht genau wiedergeben, es ist aber nicht der originale, originale O-Ton. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann checkt es im Video ab. Alcranix hat darauf reagiert irgendwann mal. ähm, er sagt, boah, hm, also, ich liebe ja, Max, Grüße gehen raus an dich. Aber das ist wirklich das Top 3 ekligste Getränk, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Das hat er einfach in seinem Video gesagt, dass, keine Ahnung, 300.000 Views hat oder 400.000. Hm. Ja, es könnte aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ja wir jetzt so, also, wenn wir Videos machen, äh, also, die meisten Creator schielen ja darauf, dass, äh, eventuell daraus ein TikTok entsteht, der dann nochmal viral geht, so Engagement-Farben. Ja, und Hate geht immer viral, ja, das stimmt. Also, es, also, wenn du sagst, ähm, ja, das schmeckt mir jetzt nicht so lecker, das wird niemals ein TikTok werden. Ja, das interessiert keinen. Aber wenn du jetzt da sitzt und sagst, boah, das schmeckt total wie Arschwasser, dann, äh, dann würde da vielleicht ein TikTok draußen stehen. Also, wenn ich mich jetzt hinsetze, ich mach jetzt ein Short, ich kauf mir jetzt Gunnergy und ich trinke das und das schmeckt mir eigentlich, aber ich weiß genau, weil wenn ich jetzt schmecke, hm, das juckt dann keinen Menschen, das geht nicht viral, also sag ich, boah, hm, also, das schmeckt irgendwie wie, boah, warte mal, hm, das schmeckt so wie, wie Arschritze, sag ich dann einfach, bumm. Na, das wird halt auf TikTok auf jeden Fall, ja, sie sagen viral gehen, also, so krass bin ich ja saurig, aber das wird schon irgendwie auf jeden Fall mehr abgehen, als wenn ich jetzt sage, hm, ja, kann man trinken, ist in Ordnung. So, ist ja logisch halt, ne, ist ja klar. Also, ja, also, das fand ich, das fand ich bei dem Song, das wollte ich schon seit mehreren Wochen ansprechen, aber weil ich jetzt dieses Laser-Luka-Zitat von Logo da zugespielt bekommen hab, es war wirklich ein TS-Logo und ich, und wir haben uns wirklich kaputt gelacht, aber nicht, weil wir uns darüber lustig machen wollen, sondern einfach, weil wir es so, so weird und unangenehm fanden, dass er das in dem Video sagt, weil der kann das ja, ich find's so, du kannst es ja privat zu Freunden sagen, du kannst ja bei dir privat, kannst du ja sagen, was du willst, und wenn du was komplett über Kacke findest, dann kannst du das ja auch sagen, aber formulier es doch in Videos ein bisschen korrekter. Und ich bezweifle auch mal stark, dass, also ich hab's ja selbst auch getrunken, also Paul Berger-Limo schmeckt bestimmt nicht so, das ist das schlechteste Getränk, was man je getrunken hat. Außer der hat noch nie wirklich irgendwie aktiv was getrunken. Also was ist das für ein komischer Take, als ob das so Gülle-Wasser wäre oder so, hä? Also ich glaub eher, das sind halt crazy Egoisten, die halt einfach darauf richtig hart geiern, dass ihr Video halt der meiste... Und deswegen scheißen sie komplett drauf auf irgendwelche Gefühle von anderen Menschen. Sind total dämlich und hauen dann solche Sachen raus, weil sie total klickgeile Schweine sind. Also ich find das... No hate, an der Stelle. Nee, da gibt, nee, ich sag ehrlich auch, da gibt es auch keine zweite Meinung. Das ist ein ekliges Verhalten und sowas gehört verurteilt. Punkt. Verurteilt? Also jetzt nicht juristisch. Vorgericht verurteilt. Ich meine, ich meine, so was ist eklig. Drei Jahre Haft. Also für mich, also jeder kann das ja anders sehen, aber ich akzeptiere da für mich keine andere Ansicht. Ich find das ein absolut ekelhaftes Fall mit solchen Leuten. Und Leute, die sowas machen, sollte man nicht supporten. Punkt. Period. Period, man. Naja, gut. Ja, das war... Das hat auf meiner To-Do-Liste stehen, weil wir haben uns... Ihr wart nicht dabei. Wir haben uns dumm gelacht, Alter. Wie der in die Kamera guckt und das sagt. Oh, ich will das sehen. Aber wir haben ja das Originalvideo nicht gesehen. Wir haben iCrimax-Reaktion darauf gesehen. Wo ich mir auch denke, Bruder, wieso tust du das in deinem Video? Was hat er denn dazu gesagt? Und der hat so geguckt, der wusste auch nicht, was er sagen soll offensichtlich. Also offensichtlich hat ihm so jemand das Video vielleicht vorbereitet oder so. Also es hat so wirklich gewirkt, als ob er die Szene nicht kannte. Und der hat das gesehen und dachte sich nur so, Bruder, was passiert hier gerade? Was würdest du da auch sagen zu? Also wir haben uns wirklich schlapp gelacht. Das war so dumm, Alter. Also krank. Das fand ich richtig krank. Überleg mal, du ballerst ja wirklich eine Million Kapital, entwickelst eins, zwei Jahre lang dein Produkt, testest, fährst dann mehrmals in das Labor, bam, 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 hast Geschäftspartnerverpflichtung. Und dann setzt sich da eine hin vor 500.000 Leuten und sagt, das schmeckt wie Arschwasser. Also das ist ja wirklich krank. Und in dem Zuge möchte ich mich entschuldigen. Was? Okay. Das wollte ich auch schon seit Wochen sagen, aber das passt jetzt alles so perfekt zusammen. Gut, dass ich es nicht erzählt habe die Wochen davor. Ich habe mal ein Video gemacht, YouTuber, Minecraft-YouTuber bewerten. Okay. Erst mal möchte ich mich da entschuldigen, dass ich in dem Video zwei YouTuber verwechselt habe. Ich habe da über Lars LP geredet, aber ich habe positiv über ihn geredet. De facto kannte ich aber Lars LP gar nicht. Ich habe ihn mit jemandem verwechselt. Der weiß nicht den Namen, aber leider nicht. Der macht so Hogwarts-Maps, macht der so. Oh, Quatsch. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt finde. Minecraft, Hogwarts, Deutsch. Dagi LP. Ja, Dagi LP. 300.000 Abos. Der ist sehr, sehr Harry Potter. Ich glaube, der macht auch gar kein Minecraft mehr. Ich glaube, der ist auch nicht mal ein richtiger Minecraft. Der hat doch Let's Build Hogwarts Folge 1860. Boah. Schaut gerne bei dem vorbei. Das ist eine arschgeile Sache, was der macht. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit über den geredet, habe aber gesagt, das ist Lars LP, weil ich die einfach verwechselt habe. Weil der heißt halt Dagi LP. Es hört sich halt ähnlich an. Dagi LP, ja. Genau, also das ist Fehler Nummer eins schon mal in dem Video, aber darum geht es jetzt nicht. Ich habe gesagt und ja, natürlich ist das schon meine Meinung, dass Leute, die jetzt ihre Stimmen verstellen, sei es jetzt ein Alphastein, sei es eine Flauschi, sei es jetzt Epic Stun, na, Dreamtime nicht so krass, aber auch Dreamtime. Inzwischen gibt es ja noch viel, viel mehr. Damals gab es noch nicht so viel. Das ist ja ein Meter geworden. Natürlich war das ein sehr, sehr junges Publikum. Also wir reden hier wirklich von 5, 6, 8. Die holt das natürlich brutal ab, wenn du da wie eine Comicfigur redest. Es geht auch nicht nur dann um die Stimme, es geht auch um den Sprachgebrauch. Die reden dann sehr einfache Sätze, kein Englisch. Also sie optimieren das sehr, sehr heftig, dass jetzt jemand, der 6 ist, der quasi noch nicht lesen, noch nicht schreiben kann, der kein einziges Wort Englisch kann, was ja in dem Alter natürlich einfach ganz normal ist, logisch. Man ist ja dann erst ganz frisch in der ersten Klasse. Dass die das halt geil finden, weil dass die das so, wenn ich jetzt da über einen Roblox-Simulator darüber labere, okay, wir haben jetzt 37 Quadrillionen Billion Dollars und jetzt kann ich diesen Dropper kaufen, der multipliziert das mit 10% der Valor. Das checkt man doch nicht, wenn man in der ersten Klasse ist. So. Und da hab ich halt gesagt, dann hab ich die halt in die unterste Kategorie gepackt. Ich hab die jetzt nicht gehatet, aber ich hab gesagt, ja, ist jetzt für mich nix, find ich so quatschig, irgendwie ist irgendwie so zack, zack, zack. Aber da möchte ich mich für entschuldigen, also in dem Video kam vor, Dreamtime, Epic Sound und Alpha Star, das war die drei Personen, möchte ich mich jetzt entschuldigen, weil irgendwie, natürlich hab ich, Bruder, ich war natürlich jetzt nicht auf dem Level, dass ich das jetzt gehatet hab, so wie die Kandidaten, die wir jetzt aufgezählt haben. Aber es war schon unkorrekt. Ich wurde dafür auch nicht gehatet von Zuschauern oder irgendwie von Leuten und auch nicht von den anderen Creatoren. Alfie hat's damals mit Humor genommen. Aber es war schon unkorrekt, Punkt. Und wenn man seine Stimme verstellt und damit halt einfach andere Art Content zu machen, muss ich das ja nicht gucken. Und die haben ja Zuschauer und das finden ja Leute auch geil. Und wo hab ich das Recht, dir zu sagen irgendwie, ich kann das ja privat denken, aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, dass man privat denkt und privat zu seinen Freunden sagt. Und das, was ich von dem Video sage, was 1,5 Millionen News hat, das hat 1,5 Millionen oder so. Das ist schon uncool. Und ich nehm jetzt sogar, Leute, das Video private. Ich nehm's jetzt private. Was? Ja, ich nehm's private. Bewertet. Wie hab ich das genannt? Endlich hab ich wieder ne Idee für meinen Zweitkanal. Wie hab ich das genannt, Leute? Elina, schnell reagier auf das Video, bevor er das private nimmt. Alter, Elina ist in dem Video dabei, die hat auch bewertet. Wir haben beide Bewertet zu zweit gemacht. Ohne Witz, das ist so lustig. Ben und ich machen ja seit 2016 oder so gemeinsam Videos und das fast daily. Also eigentlich daily. Mit so ein paar Tagen vielleicht mal Ausnahme oder so. Und das Ding ist, man entwickelt so eine Vergesslichkeit, was man aufgenommen hat. Ja, ja. Manchmal seh ich Maps und ich so, Elina, haben wir das schon gespielt? Weil ich mich einfach nicht erinnern kann. Und dann sag ich so, nee, glaub nicht. Und dann spielen wir das erste Kommentar, hast du vor drei Jahren schon mal gemacht? Woher wisst ihr das, Alter? Ich wusste es selbst nicht mal. Ja, ich hab letztens, ich hab ein Video gesucht von mir und da hab ich zwar zwei, drei Jahre alt und dann musste ich ganz doll runterscrollen in meinen Videos. Und das war so krass, wenn man so guckt auf meinen Kanal, man scrollt so komplett lange runter, da war ich auch irgendwie voll stolz, weil so eine Anzahl von Videos ist ja voll viel Arbeit. Jeden Tag lässt man sich was einfallen. Man muss ja schon sagen, da können wir uns selbst auf die Schulter klopfen. Wir spielen ja nicht einfach. Es ist nicht so, dass wir jetzt hingehen und wir nehmen jetzt, oh, keine Ahnung, den neuesten Simulator oder das neueste Rennspiel oder das neueste, was weiß ich, irgendwelche Hype-Games, weiß der Geier was, drücken da Doppelklick auf die Echse, sag ich mal, so wie ich immer sage. Und dann spielen wir das einfach eine halbe Stunde und das war's. Minecraft-Content ist ja auch kreativ. Also du musst das ja vorbereiten. Die Sachen, die wir aufnehmen, sind ja zu ... Okay, manchmal spielen wir so Microsoft-Marketplace, klar, das ist dann einfach klick, klick. Aber in 90 Prozent der Fälle sind das ja Sachen, wo wir uns vorher Gedanken gemacht haben, um die wir uns vorher gekümmert haben, die wir dann organisiert haben, gebaut haben, programmieren lassen haben, selbst gedeichstet haben, zusammengestellt haben, Mod-Packs, blablabla. Ja. Und da kann man sich schon auf die Schulter klopfen, dass man jeden Tag mit was Neuem bekommt. Ich bin richtig sauer geworden. Bin so sauer. Warum? Weil Ben gesagt hat, manchmal spielen wir Marketplace-Maps. Nie wieder. Nie wieder spiele ich das jetzt. Außer meine Maps, die sind cool, bitte kaufen. Ja, außer Battle-Maps. Die sind wenigstens getestet, selber getestet. Weil ich hab ... Letzte Woche wollte ich ein Video aufnehmen. Und das war eine coole Marketplace-Map. Die sah cool aus. Die hatte coole Monster, die hatte coole ... Ja, die sah schon sehr, sehr geil aus dem Blattpapier. Die hatte eine Map, die hatte coole Fähigkeiten. Das war eine coole Map, gekauft, 5 Euro gelatzt da. Ich will das mit Ben spielen. Unsichtbar. Die ganze Map war unspielbar, weil jeder Charakter unsichtbar war. Und ich versteh nicht, wie ... Also, ihr müsst verstehen, nicht jeder kann eine Map hochladen. Diese Maps, also diese Map-Maker, da überhaupt reinzukommen ... Ich könnt jetzt ein bisschen was erzählen. Ich bin ja selbst der Partner. Ich glaub, es gibt auch nur zwei deutsche Partner. Und ich weiß aber nicht, was ... Drei, oder? Nee, ich weiß, wen du meinst. Aber der ist nicht selber Partner. Der ist mit einem Österreicher zusammen Partner. Deswegen, glaub ich, zählt das nicht. Ich denk, auf jeden Fall gibt es sehr, sehr, sehr wenig Partner weltweit. Es gibt, glaub ich, nur 300 weltweit. Ja. Ich bin auf jeden Fall, glaub ich, der einzige deutsche Creator, der am Partner ist. Ähm. Und das Ding ist jetzt ... Ich weiß nicht, was ich vertraglich da sagen darf, weil das ist schon sehr, sehr streng da alles. Dann sag ich das. Das hab ich von einem Freund gehört. Aber ich kann schon mal grundsätzlich den Ablauf erklären. Man macht eine Map, so. Also, erst mal muss man in dieses Partnerprogramm reinkommen. Da musst du akzeptiert werden. Bewirbst du dich darauf? Ja, ja, du bewirbst dich darauf. Es ist aber, ohne dass du jetzt eine Reputation hast, also dass du jetzt schon wirklich dutzende Maps, Mods selber programmiert hast, die auch erfolgreich waren, kommst du da nicht rein. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hab so zwei, drei Mods mal gemacht, ich bewert mich da, könnt ihr vergessen. Nee, no chance. Ihr müsst schon massiv erfolgreiche Mod-Entwickler, Mapmaker sein, die wirklich Millionen Downloads haben auf ihren Sachen. Damit ihr überhaupt in Erwägung gezogen werdet, da genommen zu werden. So, jetzt hab, und die haben auch Aufnahmestopps. Also, es wurde auch zum Beispiel ein ganzes Jahr lang gar keiner aufgenommen. Also, es ist sehr, sehr limitiert und sehr, sehr wenig. Ja. Ich hatte auch Glück, da überhaupt reinzukommen, weil ich erstens sehr, sehr früh am Start war. Naja, und wenn noch eine andere Sache passiert ist, aber die darf ich nicht erzählen. Und, genau, und so, jetzt machst du eine Map. Übertriebenst aufwendig. Also, das ist nicht so nach dem Motto, da setzt sich eine Person hin und der macht mal ein bisschen was. Es gibt natürlich auch Billig-Maps, da ist ja logisch. Wenn ihr euch da eine Skyblock-Map zieht für einen Euro, da steckt noch nur drei Stunden Arbeit drin. Aber es gibt natürlich auch abnormale Ex-Tests. Es gibt quasi auch das andere Sprengung. Es gibt auch Maps, da wurde ein Jahr lang dran gearbeitet. Ja. Und viele Sachen dazwischen. Auf jeden Fall übel aufwendig. Sagen wir mal, wir entwickeln so drei Monate eine Map, würde ich sagen. Mit mehreren Mitarbeitern. Also, steckt Giant-Aufwand drin. Auch Kosten natürlich. Äh, weil die Mitarbeiter tatsächlich bezahlt werden. Und, ähm, so. Außerdem hab ich auch viele Schweizer Leute da. Das hat sich einfach teammäßig so ergeben. Und Bruder, Schweizer. Ja, weil die halt einfach toll sind, ne? Kann man nix machen. Schweizer Gehaltsvorstellungen sind andere. Apropos, Schweizer hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja, hab ich gesehen gestern. Hat mich sehr gefreut. Also, habt ihr den Song gehört? Ja, mag ich nicht, aber egal. Ich fand ihn okay, er war okay. Nee, weißt du, mir hat da irgendetwas so an dem Song gefehlt, dass es sich für mich wirklich wie so ein richtigen, es hat sich für mich nicht so ganz wie so ein Song angehört, der so in sich komplett ist. Irgendwas hat mir da gefehlt. Der hat auch Schweizer-Deutsch-Songs. Ich hab den nämlich mal eingeben. Ah, lol, nee. Der war mal Battle-Rapper, hat alles für mich erzählt. Das weiß ich nicht. Und dass er auch gut rappen kann und so weiter. Aber das Krasse ist, es wurde ja ein Niederländer disqualifiziert, das ist der, der Friesenjunge gemacht hat. Ihr kennt ja Save von TikTok, vielleicht haben manche von euch kein TikTok, aber es gab so ein TikTok-Überhit mit Otto Balkes, war das zusammen. Ja, das war ein Mega-Hit, ja. Ich glaub, Otto hat ja diesen Friesenjunge-Song original, das ist so ein OG, OG, OG-Song und der hat den so neu aufgelegt und dann hat auch Otto da auch ein Part und so. Geiler, ist ein geiler Song, geiler Hit gewesen. Otto hat keinen Part drauf. Aber der ist immer mit auf der Bühne gewesen. Der war immer mit dabei. Und er hat's überhaupt erlaubt. Ah ja, und er hat aber auch manchmal selbst den Song performt, sowas. Die müssen nach der Erlaubnis halt fragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Sample, das nennt man so Sample, glaube ich, Sample. Danke. Da muss man halt den Original-Creator natürlich fragen, ob man überhaupt dieses Ding da in seinem Song verwenden darf. Ja, die meisten lassen sich das dann einfach bezahlen oder so und so. Deswegen wurde Otto angefläht, bitte. Und Otto hat gesagt, ja. Und daraus ist so ein Schad eins, keine Ahnung, Dauerbrenner entstanden. Es ist ja ungewöhnlich, dass solche aktuell sehr, sehr erfolgreichen Künstler beim Eurovision Song Contest dabei sind. Das sind ja schon eher so Undercover-Leute da, ne? Deswegen war es schon besonders, dass der dabei war. Da gab's ein bisschen Geschichte, Tralala-Bababa, es wäre jetzt zu weit, das auch so. Auf jeden Fall gab's da heftige Probleme. Also das war wirklich gefühlt kurz davor, dass das Ding abgebrochen wird hinter den Kulissen. Am Ende war's auf jeden Fall so, dass, das hat sich auf jeden Fall um Israel gedreht und grundsätzlich die Akzeptanz der Leute gegenüber der israelischen Kandidatin wegen der Politik hat. Also kann man's auf jeden Fall grundsätzlich zusammenfassen. Es gab so zwei Themen, aber auch, weil er angeblich handgreiflich übereinstimmt. Aber das stimmt wohl nicht. Er soll wohl nur so eine Geste, so Muck-nicht-auf-mäßig gemacht haben. Ja, so angetäuscht-mäßig gemacht haben. Aber das weiß man natürlich nicht, weil das eine hat er gesagt, das andere hat sie gesagt. Ja, das ist alles, das ist halt hinter der Kamera passiert, ne? Und dann wurde der disqualifiziert und dann sind alle Leute ausgerastet, zadalala. Weil der war ja auch Favorit natürlich, der ist ja der erfolgreichste Musiker da wahrscheinlich. Ähm, genau. Und das Lustige ist jetzt aber, ich hab eine Stat gesehen mit den Streaming-Zahlen-Boost aller Teilnehmer nach dem Finale. Und wer war Platz A, also wer hatte den größten Boost? Ja, der doch safe, oder? Der Niederländer. Ja. Boah. Weil einfach durch den Skandal hat der, Platz zwei war der Schweizer dann. Also der hat mehr davon profitiert als der Sieger. Das war echt krass. Das wollte ich aber auch noch sagen zu dieser Luca-Thematik, warum man dann sagt, oh, das schmeckt absolut scheiße oder so. Ach, gullige Wasser. So Engagement-Farming-mäßig. Das Ding ist, darüber haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, also ja, er wird das, glaube ich, nicht mit Absicht gemacht haben. Aber es könnte ja sein, dass er es wirklich geplant hatte, disqualifiziert zu werden. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine Idee. Gewinn ist nicht safe. Gewinn ist nicht safe. Aber disqualifiziert werden macht erstens nur einer. Und zweitens. Ja, ja, das ist was Besonderes. Du bist dann was, du bist besonderer als der, also du bist mehr besonders als der Gewinner. Ja, über den wurde zehnmal so viel geredet wie über den Gewinner, also safe. Also das ist komplett abgegangen, das Thema. Aber auch ein bisschen assi, der hat dann mit den Typen ja komplett dann die Show gestohlen, wenn das seine Identität dahinter war. Also ich finde, es ist schon fair, dass man das irgendwie als Gedanken mal hat. Ob man das jetzt dem unterstellen sollte, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest so den Gedanken mal zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weil es ist halt schon irgendwo naheliegend. Ja. Ja. Könnte ein Business-Move gewesen sein. Was war aber das ursprüngliche Thema? Äh, sagen wir es mit Schweiz. Ach ja, Schweizer sind noch weiter beim Marketplace. Also die sind auf jeden Fall alle dumm teuer, also Schweizer ist kaum viel krank. Also die verdienen wirklich, die gehen auf Arbeit, auf dem 15 Minuten Fahrradweg haben die schon 1000 Euro verdient, ich verbringe auch nicht. Die Leute werden hier einfach vernünftig entlohnt für Arbeit, die die machen. Leider werden die in Deutschland halt weniger bezahlt. Ist dann halt leider so. Ja, wir verdienen einfach zu wenig, Mensch. Also Elina, du solltest dich da mal zurückhalten. Hier als Gesellschaft. Ja, ich sehe mich als Frau des Volkes. Hallo. Und Scheiß, Alter. Ich bin Minecraft-Youtuber. Genau. Und so, dann schickst du die Map ein. Dann gibt es zwei Prüfungsstufen seitens Microsoft. Wichtig, das Ganze leitet Microsoft und nicht Mojang. Ja. Mojang gehört natürlich zu Microsoft, die wurden ja gekauft, aber nur so, damit ihr das mal gehört habt. Jetzt gibt es eine erste Stufe, das ist die ... Oh, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen falsch erzähle. Ich weiß nicht, Hade, aber ich glaube, das Erste ist die Verifizierung. Dort wird getestet, startet das Ding erst mal überall. Mhm. Also, da wird erst mal geguckt, passt der Titel, so stimmt das, äh, 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 hat das Ding Bugs in der aktuellen Version, also startet die Map. Also, testen das dann wirklich, darauf, dass die sich wirklich dann, for real, die nehmen sich dann so eine Switch und starten diese Map auf dieser Switch, original. Ja, das muss ja überall laufen können. Die emulieren das jetzt nicht auf dem PC oder so, könnte man ja auch machen. Weil das geil ist, wenn das dann nämlich mal nicht startet oder Probleme hat, dann kriegst du wirklich von denen ein Video, wo der sein Handy abfilmt, wie er das Handy in der Hand hat und die Map startet und da kommt irgendeine Fehlerwerte. Das ist lustig. Da kriegst du wirklich dieses Video, da sieht man seine Hände und so. Das ist funny. Ähm, so, denn das ist, das geht sehr, sehr schnell. Da bist du nach ein paar Wochen durch, so. Das ist halt quasi ... Nach ein paar Wochen. Also, die testen das jetzt nicht ein paar Wochen, das ist eine Warteschlange halt. Also, die Leute, die kommen nicht hinterher mit den Maps. Stell dir mal vor, das ist dein Job, einfach solche Minecraft-Maps zu testen. Das ist tatsächlich deren Job, aber ich glaub, die rotieren. Ich denk, die sitzen da nicht die ganze Zeit. Ja, die werden wahrscheinlich mehrere Aufgaben haben. Die haben verschiedene Stationen, wo die untereinander rotieren. Das ist eigentlich auch kein, glaub ich, so cooler Job, weil im Endeffekt startet eine Map und sie startet nicht. Nee, das hört sich cool an, aber ich glaub auch nicht, dass das cool ist. Weil die spielen tatsächlich die Maps auch durch und so. Manche Maps, äh, boah, die würd ich auch freiwillig nicht drücken. Also, weil sie sind natürlich arschgeil, aber das sind manche Maps auch mein Lieber. Ähm, genau. Ja. Und, äh, ich zieh kurz meine Socken aus. Ähm, habt ihr diesen Tick auch? Ich fühl mich manchmal unwohl, da müssen die Socken raus. Nee, noch nie gehabt. Echt nicht? Doch, ich hab das oft. Naja. So, und jetzt kommt das zweite Ding. Und da brennen, da brennen einem wirklich die Drähte durch. Das ist die Qualitätssicherung. Da frag ich mich erstens bis zu einem gewissen Grad, das wird da überhaupt gemacht? Weil wir hatten schon regelmäßig Maps, die einfach nicht funktioniert haben. Also, da frag ich mich auch, was wurde da. Aber es wundert mich, weil ich kann euch jetzt sagen, wenn diese Map in diesem Testgebiet ist, reden wir hier von Monaten. Ja. Monate. Und ich rede auch nicht von eins oder zwei oder drei. Monate. Und deine Map kann wirklich picobello sauber sein. Sie startet auf jedem Gerät. Sie hat alle Anforderungen, die man haben muss. Sie funktioniert einwandfrei. Das ist ja einfach in der Warteschlange, die wird gar nicht angeguckt. Es dauert Monate. Es dauert erstmal Monate, bis dir überhaupt sich mal jemand anguckt. Und wenn du dann hinläufst und du hast ein Problem und du kannst Probleme haben, weil das ist schon sehr, sehr penibel, was die da haben, was ja auch gut ist. Zum Beispiel, es gibt halt so interne Guidelines. Was darfst du, was darfst du nicht. Du darfst zum Beispiel keine Minecraft-Blöcke modifizieren, dass sie einen anderen, also dass sie so zwar noch Minecraft-mäßig aussehen, also dass du nicht auf den ersten Blick erkennst, dass es ein neues Item ist. Es hat dann aber eine andere Funktion. Das darfst du zum Beispiel nicht. So, dann gibt es ganz, ganz viele auch, da gibt es auch geopolitische Sachen und so ist ja auch verständlich, bla, bla, bla. Und genau. Und wenn du dagegen was halt einfach verstößt, so aus Versehen oder vielleicht backt auch irgendwas, dann, boah, dann musst du das halt verbessern, dann neu einschicken, dann wirst du zwar schon hochgeschoben in der Warteschlange, aber dann dauert es auch wieder massiv. Also, ich sag mal so, wenn ihr jetzt eine Weihnachtsmap rausbringen wollt für dieses Jahr, da seid ihr jetzt schon verdammt spät dran. Boah, sowas ist aber auch echt so nervig. Also, wenn ihr die jetzt einschickt, wird knapp. Ja, könnt ihr für nächstes Jahr dann einfach planen. Also, ist crazy. Werdet Map-Creator. Deswegen ist euch gleich nochmal aufgefallen, dass dann so Weihnachtsmaps erst im Januar oder so kommen. Das haben die Leute natürlich nicht freiwillig gemacht. Ja. Das ist einfach, weil es einfach Monate gedauert hat, bis die Map halt da geöffnet ist. Ja, das ist echt lustig. Die machen aber schon die Taktik, dass, wenn sie jetzt checken, dass eine Map thematisch ist zu Ostern oder Weihnachten, dass sie die dann hochschieben, damit die pünktlich kommt. Das machen die schon. Aber, ja. Auf jeden Fall, ich weiß ja von der anderen Seite, wie es ist, dieses Testen. Genau. Und wie krank, penibel die das auch machen. Deswegen raffe ich gar nicht, wie es überhaupt sein kann, dass da solche verbuggten Maps online sind. Ich check das gar nicht. Also, ich raff's wirklich nicht. Und das war eine niegelnagelneue Map. Das war jetzt nicht, ich hab eine Map gekauft, die fünf Jahre alt war und die funktioniert jetzt nicht. Nee, die war letzte Woche im Shop. Ich hab die gekauft und ... Gibt es da Kommentare? Also, so Bewertungen? Es gibt Bewertungen, aber die sind nicht zu gebrauchen. Nee, nee, ich meine, also, dass so wirklich eine Bewertung mit Kommentar dazu, echt nicht. Das will ich, also, das sollte man eigentlich mal echt machen. Ja, das Problem ist, das wird ein Minecraft nicht wollen, weil da musst du das auch monitoren. Ah ja, stimmt. Und da brauchst du direkt wieder einen Mitarbeiter für oder mehrere Mitarbeiter für. Das ist Kosten und es bringt kaum Benefit. So, das werden die keinen Bock drauf haben. Ja, das stimmt. Also, deswegen, ich war so unfassbar sauer, weil ich krieg das ja auch von Ben mit, wie lang das dann dauert und dass das dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird und dann halt auch Monate dauert. Aber das Ding ist, man hat, also, ich hatte da das Gefühl, diese Map wurde gar nicht getestet. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn da der Mitarbeiter, die einfach durch ... Das ist ja ein großes Team, da sitzt jetzt nicht eine Person, die das macht. Wenn der Mitarbeiter einfach das durchwinkt und sagt, oh, ich will jetzt Feierabend machen, bumm, ja, gibt hier ein Häkchen, ja, dann kann das, I guess, vielleicht passieren. Ja. Und dann hast du genau die pingeligen Leute abbekommen, ne, und dann andere Leute werden einfach durchgewunken. Das finde ich richtig gemein. So, zum Abschluss heute nehm ich jetzt mein Video offline. Aber ich sag euch kurz die Stats. Ja. 1,3 Millionen Views, 1300 Abos gemacht. Wann war das Video, also, wann wurde es online genommen? Das kam am 30. November, woher steht das Jahr nicht? Echt? Perfekt. Ah, warte, ich kann's aber sehen. Es ist alt. Es ist drei Jahre und 160 Tage alt. Drei Jahre und 160 Tage alt. Dreieinhalb Jahre. Krass. Das hat in den letzten, weil ich kann gucken, wie viele Klicks macht so die Tage jetzt aktuell. Das macht aber immer noch Videos auf jeden Fall. Ja, okay, 100. Naja. Ja, aber es geht ja auch um die Geste. Ja. Nehm's jetzt privat so. Als Abschluss möchte ich aber noch auf die letzte Folge hinweisen, Ben. Hat es da nicht bei dir geklingelt? Ja, ja, ich muss da ne Bestrafung machen. Ich hab die. Also, ich hab ne Frage für dich rausgesucht. Ebro hat ne Bestrafung. Ist es nicht so schlimm? Ist echt nicht so schlimm. Nee, ist wirklich nicht schlimm. Mika hat vor über einem Monat nämlich gefragt, er meinte, welches Minecraft-Projekt hast du am meisten gehasst? Wow, gute Frage. Da hab ich eine sehr schnelle Antwort und die können sich eigentlich die Zuschauer auch denken, weil wir haben schon mal darüber geredet. Aber lass mich kurz mal drüber nachdenken. Also, ich mein jetzt, aber okay, ich nehm jetzt nur mal so wirklich größere, ich nehm jetzt nicht jedes kleine Projekt, wo ich mal drei Folgende machen. Relevante, wirklich, relevante Projekte. Hm, ich überlege nicht für mich. Oh, da hab ich eigentlich ne ganz, ganz, ganz klare Antwort. Ja. Und das war der letzte Waro-Teil. Oh, okay. Also, was heißt gehasst? Ich hab's jetzt nicht gehasst, aber ich hab's am wenigsten gemocht von allen größten Projekten, wo ich jetzt dabei war. Was war Waro 4, war das letzte, wo ich mit Phil gemacht hab? Ja, kann sein. Das hat verschiedene, das hat verschiedene, das wird vielleicht jetzt viele überraschen, das hat aber verschiedene Gründe. Grund eins, dadurch, dass da gleichzeitig dieses Banks der Blender Hate Video, das kam irgendwie einen Monat davor oder so. Und das war übel präsent zu dem Zeitpunkt, wo Waro begonnen hat. Und deswegen war mein Ruf halt schon, Alter, war so. Mein Ruf. Also, ich hatte schon noch auch coole, viele Zuschauer, die waren auch alle korrekt, aber halt grad so Zuschauer von anderen so, die waren halt schon sehr negativ. Keiner hat mich eingeschätzt zu der Zeit. Da war halt diese Lügen verbreitet worden. Falls euch das interessiert, diese Thematik, ich hab auf meinem zweiten Channel, auf Bensohn, eine Reaction dazu, könnt ihr euch anschauen. Aber haben wahrscheinlich, hat über eine Million News, hat wahrscheinlich jeder von euch schon gesehen. Der hat sich auch inzwischen bei mir entschuldigt, der Videohersteller, Teilzeitdirektor heißt er, ist auch in Ordnung so. Aber macht natürlich nicht ungeschehen, was passiert ist. Ähm, und, äh, dann gab es so einen Waro-News-Kanal, das hab ich, das hab ich selbst schon mal erzählt. Ich erzähl's auch noch im Schnelldeutsch nochmal. Und der hat, eine Woche vor Waro, hat der seine Reichweite benutzt auf diesem Kanal, den er ja nur bekommen hat, weil er Waro-Clips hochladen durfte, äh, genutzt und für so einen Rundumschlag. Und da wurden verschiedene Leute genannt und ganz, ganz kurze Begründungen, warum wir denn komplett Ehrenlose sind. Da war unter anderem ich dabei, wegen dieser, wegen dieser Teilzeitdirektor-Lügen-Thematik. Da war aber auch zum Beispiel ein GLP dabei und da war auch ein Hand of Blood dabei und da waren auch noch mehr, die kann ich mich jetzt aber nicht erinnern. Ähm, war so ein Rundumschlag, einfach random, Alter, komplett NPC-mäßig. Und, ähm, genau, und natürlich, wenn das ein Waro-News-Kanal, der auch Prime-Big war, eine Woche vor Waro hochlädt, dann weiß das ja jeder, der Waro guckt. Ja, naja, ist ja klar. Das heißt, mein Ruf war zu dem Zeitpunkt krank gestätigt. Außerdem hab ich auch mit Phil zusammen gemacht, der natürlich auch jetzt auch nicht den besten Ruf hat bei den Leuten da so. Also, in der Kombination war das, hat das wirklich, ich denke wirklich, wir waren das gehassteste Team des Projekts. Oh. Ähm, ich weiß nämlich noch, es gab, es gab natürlich auch weitere andere Waro-News-Kanäle, die einfach so ihre normalen Waro-News gemacht haben. Und die haben da manchmal so gefragt, welches Team würdet ihr euch wünschen, was als nächstes ausschaltet? Und wir waren immer ganz oben, immer. Oh. Ähm, naja, also das war das Erste, was mich daran natürlich genervt hat, so, sehr klar. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte auch schon Lucky Blog und ich hatte auch 200.000 Views auf den Folgen und zehntausende Likes. Und das lief auch, meine Community war anders stabil, mit geraden Rücken, Leute. Äh, aber außerhalb, so, ne? Gab's halt schon viele, die da, ich war quasi kontrovers, kann man so sagen. Ja. Ähm, genau. Und, äh, das war der erste Grund. Der zweite Grund war, diese Videos müssen uncut hochgeladen werden. Das hat zu, das hat für einige Teilnehmer keinen Unterschied gemacht, weil sie eh zu dem Zeitpunkt eh noch so größtens als uncut hochgeladen haben. Aber ich hab zu dem Zeitpunkt meine Videos ja schon hardcore gecuttet. Ja. Und das hat einfach, dieser Content, da 15 Minuten uncut hochzuladen, hat einfach nicht mehr zu meinem Kanal gepasst. Ja, genau. Das war das Zweite. Das Dritte, das ist grundsätzlich ein Waro-Problem. Und das haben, glaub ich, die Leute heutzutage auch ein bisschen falschen Erinnerungen. Waro war arschlangweilig. Äh, die erste Folge war übelst geil. Also, also erste Folge geilstes ever, geilstes aller Zeiten. Gar keine Frage. Dann hattest du aber erst mal sechs, sieben Folgen. Ja, einfach nur Farming. Da siehst du, wie die Leute stripminen. Also, heutzutage wäre das auch noch ein bisschen anders. Du kriegst ja viel schneller Dias, du hast die geilen Höhlen. Heutzutage wäre das mit dem Farming ja noch ein bisschen anders alles. Aber damals war ja wirklich dieses Dämliche in den alten Versionen. Du stripminenst einfach eine Stunde, bis du full Dias bist. Ist ja komplett witzlos. Was ist das für ein Video? Ja. Das war das Dritte, was mich gestört hat. Das Vierte, was mich gestört hat, ist, du konntest keine Kämpfe antizipieren. Es ging nicht. Weil Phil ist ja auch brutal gut im PvP. Das heißt, was viel passiert ist, die Leute haben sich zu kämpfen verabredet. Haben gesagt, hier, wir joinen da, wir treffen uns da, kämpfen. Das konnten wir aber nicht machen, weil die Leute gegen uns nicht kämpfen wollten. Weil Phil auch viel zu gut war. Wir hatten beispielsweise auch, das weiß ich noch ganz genau, ich war ja sehr, sehr dicke mit Venicraft damals. Also, ich mag ihn immer noch selber, ja, jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Und wir hatten vor Varro 4 Training gemacht. Er mit Basti, die waren ja ein Team, Basti GRG und Venicraft, gegen Phil und mich auf Team Moliath 2 gegen 2. Und wir haben da, das gibt's auch als Video auf meinem Kanal, könnt ihr, also, naja, seit sieben Jahren oder so. Aber wir haben da auch gewonnen. Wir haben das 2 gegen 2 insgesamt gewonnen. Also, wir waren ein sehr, sehr starkes Team. Aber ich muss auch fairerweise sagen, Phil ist schon besser gewesen als ich. Also, Phil war sehr, 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 sehr gut. Also, das muss man sagen, ist sehr, sehr krass gut. So, dieses Fabo-Level-Gut, vielleicht sogar noch besser als Fabo. Der war sehr, sehr krass. So, also ein PvP. Aber der war auch krass in Jump'n'Run, aber ist jetzt egal. Und, genau, deswegen will natürlich niemand gegen uns kämpfen. Du nimmst auch nicht den Kampf an, wo du safe verlierst. Das ist ja, kommt ja dämlich. Du suchst dir Gegner, die gleich gut sind oder idealerweise, die besonders schlechter sind. So. Das heißt, wir mussten Kämpfe erzwingen. Und da gab's dann so Thematiken wie, weiß ich ganz genau, das ist Logo, nämlich ein Teil davon. Logo hat mit Minus-Diode geteamt. Und wir haben übelst aufwendig trianguliert, wo die gerade sind. Das war ja übel aufwendig. Die Leute zeigen ja nicht ihre Koordinaten, du bist ja nicht dämlich. Und wenn du sie zeigst, überblendest du sie, damit die Leute nicht wissen, wo du bist. Übel aufwendig. Und stundenlang haben wir rausgeversucht, wo die sind. Dann haben wir es geschafft. Wir haben uns neben denen ausgelockt. Und haben wirklich, ich denke, die haben am ersten Tag sogar nicht mal aufgenommen. Wir haben den ersten Tag zehn Stunden da gehockt und gewartet, bis die joinen. Du kannst ja nicht vom PC weg. Du musst ja die ganze Zeit da sein. Weil du ja instant, weil selbst wenn du eine Minute später joinst, die sind ja dann schon weg. Kannst du direkt vergessen. Wurde das irgendwo immer angekündigt, wenn Leute gejoint sind? Ja, wir hatten so einen Discord. Und da hat ein Bot gepostet und jemand gejoint. Also wir hatten quasi Discord auf Notification und haben einfach am PC die Decke angeguckt. Du konntest ja auch nicht mal richtig spielen. Ich konnte ja jetzt nicht in der Runde Call of Duty gehen oder so. Du musstest ja ready sein. Für Aufnahme halt auch. Das musst du ja auch aufnehmen. Dann, nachdem wir wirklich am ersten Tag komplett sinnlos gewartet haben und am zweiten Tag noch mal stundenlang, bumm, Logo Minus wird gejoint. Fehlt zu mir. Ben, 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 Ben. Okay, drauf. So schnell es halt ging. Wir waren jetzt nicht eine Sekunde später drauf. Du musst ja auch Aufnahme anmachen. Es hat schon so schnell, wie es halt ging. Ich sag mal, 30 Sekunden später waren wir drauf. Ich sehe, wie die an uns ... Am Anfang konntest du dich kurz nicht bewegen. Irgendwie zehn Sekunden Delay hattest du da oder so. Ich lasse dich mal an. Ich sehe, wir stehen da rum. Die laufen an uns vorbei durchs Portal zurück. Wir durch das Portal hinterher weg. Du kannst ja in zehn Sekunden halt, da rennst du so weit weg, du siehst die Leute dann nicht mehr. Oder du baust dich einfach runter, baust über den Block dahin und dann sneaks die ganze Zeit. Weg. Alles umsonst. Oh mein Gott. Ich war so sauer, Alter. Ich war so sauer die ganze Zeit, die wir da gehockt haben. Also, das war einfach nervig, so ein bisschen. Und der nächste Grund ist, das ist einfach Minecraft-bedingt aber, dieses Stacken war zu stark. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, damals war ja ePVP sehr, sehr bogenbasiert. Bogen komplett OP. Also, mit Schwert wurde wenig gekämpft. Klar, so in der ersten Folge und so, aber es wurde schon sehr, sehr viel Bogen gespamt, weil einfach Minecraft damals so war. Da gab's ja noch kein Schild. Heutzutage wäre das mit Schild komplett anders. Und das Problem ist, du kannst dir halt so einen Power-2-Bogen, es gab ja noch keine Villager, du musst das ja alles mit Verzauungstisch und Büchern machen und so. So einen Power-2-Bogen, es hatte jeder einen Power-2-Bogen im Grunde. Beim Power-3-Bogen zu machen, war schon teuer. Und du hattest ja auch, du hattest ja jetzt auch keinen Bock, so lange zu fahren, du hattest ja schon nach Leuten ausverhalten. So, was passiert jetzt aber, wenn du dich zum Kampf verabredest oder halt jemanden erwischst und du killst den, dann hast du ja noch mal zwei Power-2-Bogen. Das heißt, ihr könnt euch beide zusammen einen Power-3-Bogen machen. Ja. So. Und jetzt war es halt bei uns so, wir wurden dann irgendwann angegriffen von halt Veni und Bassi und die waren arschstark und die hatten sauviele Kills, weil die haben wirklich dieses, die haben halt, also das, was wir bei Logo versucht haben, haben die halt jeden Tag gemacht und auch ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen besser das hinbekommen, dass sie die Leute wirklich abgefangen haben. Wir hatten da Probleme mit, bei uns sind die Leute einfach, also bei denen sind die auch weggerannt, die haben es halt hinbekommen. Wir haben uns da vielleicht dumm angestellt oder so. Weiß ich nicht, haben wir nicht hinbekommen. Und die hatten dann halt einen Power-4-Bogen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wie Minecraft früher war, aber wenn da Leute auf dich zukommen, die einen Power-4-Bogen haben und du hast einen Power-2-Bogen, dann ist der Kampf verloren. Ja. Du kannst das nicht gewinnen, es ist unmöglich. Da muss der Gegner sich schon wirklich komplett selten dämlich anstellen, dass er diesen Kampf nicht gewinnt. Weil wir ja auch alle nur mit, es gab ja auch noch kein Netherite, und du hattest ja auch keine Schutz-4-Verzauberung. Du bist ja da auch mit Schutz-2. Das war ja noch der nächste Punkt. Du konntest nicht nur den Bogen verbessern, du konntest auch Schwert verbessern und du konntest auch Rüstung verbessern. Das heißt, da sind dann Leute gekommen, die hatten Schutz-3, Schärfe-3, Power-3, Power-4, Schutz-4 und du selbst hattest aber schlechteren Stuff, du hast ja automatisch verloren, kannst gar nicht mehr. Und die hatten die ganzen goldenen Äpfel auch noch von den anderen Leuten. Also Invaro hatte so ein Stack-Problem. Teams, die zwei, drei Teams bereits gekillt haben, das war wie so ein Schneeball. Die waren dann riesig und die waren dann unbesiegbar. Also es ist unmöglich, die dann noch zu killen. Wäre schon fast ... Das war einfach Minecraft-bedingt. Heutzutage wäre das viel, viel, viel besser. Auch mit den Schildern, mit der PvP-Mechanik. Heute wäre mehr das Abstauben ein Problem, weil Kämpfe einfach sehr, sehr lang gehen. Aber ja, das sind so die Hauptgründe. Insgesamt war das schon für mich keine coole Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann den Todesschutz von Vini bekommen habe, ich muss ehrlich sagen ... War es erleichternd? Ich war erleichtert, dass es vorbei ist und ich jetzt wieder meinen ganz normalen Content-Mark kannte. Und Phil tat mir übel leid, weil für Phil war das natürlich ... Phil hat das halt ambitioniert gesehen. Für den war das Prime wichtig und so. Und das tat mir natürlich schon ein bisschen leid irgendwie. Aber wenn ich ehrlich bin, ich war froh, dass es vorbei war. Ja, verstehe ich. Ja, das waren so die Wunde. Wir haben krass über 200XXL-Folge. Ebo macht aufmord heute. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge nicht ab, sondern hört einfach weiter durch, falls ihr nicht tagesaktuell seid. Falls ihr tagesaktuell seid ... Mach mal ein Voting. Wir haben heute Voting. Seid ihr tagesaktuell mit den Folgen? Also guckt ihr die Folgen immer am Freitag, wenn sie rauskommen. Oder ich sage mal, am Samstag, Sonntag. Oder seid ihr gerade so halt hinterher und guckt so ein bisschen. Ja, wäre interessant. Auf jeden Fall ein Like, Abo teilen, positiv bewerten. Fünf Sterne haben wir immer noch nicht erreicht auf Spotify. Ich weiß gar nicht, was wir damals versprochen haben, wenn wir das erreichen. Aber ja. Weiß ich auch nicht. Danke fürs Zuhören. Was sagen wir am Ende noch mal? Die drei Schafracken! Schafracken! Schafracken!